Und damit herzlich willkommen bei Silverfield Games and War. Ich bin der Flo, wir spielen Dark Cloud und wir sind im zweiten Dorf, im Dorf Porcha angekommen. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Auch hier das ganze Dorf quasi nicht existent. Wir sehen hier ein ausgetrocknetes Flussbett. Und mehr sehen wir leider nicht, oder? Etwa doch. Das ist ein kleiner, dicker Junge, der vor uns wohl wegrennt. Hm, na wir schauen mal, was es mit dem Guten auf sich hat. Gehen wir mal hinterher. Und er hat hier sein Baumhaus. Was? Wer im Himmels Willen? Ah, du, du musst dem Monster gehören, das das Dorf zerstört hat. Ja, so ist es. Mich kannst du nicht belügen. Dein Gesicht ist das eines Schorkens. Mach dich bereit. Keine Frage. Ah. Und wir müssen wohl kämpfen. Wir haben wieder so ein Activity-Event. Oh, daneben. Und? Aber wir haben auch gewonnen. Okay, er hat gewonnen. Du bist nicht so hart, wie du aussiehst. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ich nehme es gegen dich auf. Ja, er scheint sehr sportlich zu sein, der Gute. Okay, mehr werden wir hier wohl nicht in Erfahrung bringen. Huch, ich sehe nichts. Hilfe, Hilfe. Gucken wir mal, wenn wir hier hochkommen. Das ist ein Leiter. Mal gucken, was er sagt, wenn wir oben sind. Okay, wir können zu müssen überlegen. Was willst du? Geh nach Hause, du bist zu schwach für mich. Hm. Schade. Können hier niemanden nichts weiter tun? Dann werden wir uns mal umgucken. Ach, kann ich jetzt nicht wieder direkt ins Dorf reisen? Sehr seltsam. Also, ich wollte jetzt eigentlich nur umgehen, dass wir die Leiter wieder runtersteigen müssen, weil das definitiv länger dauert. So, dann schauen wir uns mal etwas im Dorf um. Hier aus der Vogelperspektive. Genau, also wir sehen hier diese ausgetrockneten Flussläufe. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Dorf. Hier kommt Wasser her. Hier haben wir auch einen Fluss. Können wir da hingehen. Könnten wir, glaube ich, auch schon angeln. Genau, man kann hier jetzt schon angeln, ohne dass wir irgendwas gefunden haben. Ziel ist es hier, diesen Fluss definitiv zu erweitern oder wiederherzustellen. Hier ist auch ein Teich, weil ich gerade nicht mehr hier schon angeln kann. Wieso läuft er denn jetzt nicht? Aber hier scheint auch noch kein Wasser wieder drin zu sein. Müssen wir das wahrscheinlich auch noch herstellen. Wir gucken mal weiter. Also hier scheint es dann hinzuführen. Wir schauen mal. Hier ist auch ein Schild. Was wir hier finden. Wir sollen ja den Großen irgendwas suchen. Yuraku oder sonstiges. So, wir sehen hier kommt der Fluss wahrscheinlich an. Von dort sind wir gekommen. Hier scheint ein großer Baum zu stehen. Er sieht sehr trocken aus. Anscheinend hat er wohl Durst, nehme ich an. Ohne Wasser ist Yuraku verloren. Genau. Ach, da ist der Feenkönig. Der wird uns wieder mal auf die Sprünge helfen. Hier unseren Begriff stutzigen Toan Yuraku ist eine für das Element Wasser verantwortliche Baumfee. Yuraku braucht Wasser um zu sprechen. Toan mit einen eigenen Händen musst du den Flusslauf in Poaha getrennt und den den Puchenlauf der getrennt wurde neu verbinden um Yuraku zu retten. Dann ist Yuraku bestimmt auf deiner Seite und wird dir helfen. Poaha ist ein Dorf das ich mit Atla gerettet habe. Das Dorf kann zum Leben erweckt werden. Wenn wir Atla finden im Eulenwald kannst du Atla finden. Du kannst den Wald durch dieses Poaha-Tor betreten. Ich werde das Tor für dich öffnen. Hör zu, Toan. Zuerst der Fluss. Rette Yuraku indem du den Flusslauf verbindest. Verstanden? Verstanden, Chef. Und damit haben wir quasi unsere nächste Aufgabe. Wir müssen das nächste Dorf erfüllen. Hier können wir noch nichts machen. Wie gesagt, auch sehr schön. Dann gehen wir mal zurück ins Dorf und begeben uns mal in den Eulenwald. Wo war das Dorf? Ich glaube, das Tor war hier. Er hat es jetzt geöffnet. Wir können dort nicht glauben. Wunderbar. Würde ich sagen, geht los. der Eulenwald. Ist ähnlich aufgebaut. Es sind wieder 15 Ebenen hier quasi. Hier heißt es Reviere. In jedem gibt es 8, oder in fast allen gibt es 8 Adler, Kugeln und 15 Monster. Ein Monster hat wieder eine wie gesagt, Zutat. Wobei ich glaube, hier sind es, bin mir gar nicht sicher, ob es hier sind es glaube ich 3 und an jedem Tor brauchen wir was anderes. Müssen wir mal schauen. Wir werden die erste Ebene wieder gemeinsam mit. Es gibt natürlich auch neue Gegner. Wir haben so eine Torwälde, die haben alle Namen, Wochentagsnamen. Das ist auch sehr kürzlich. Wir schauen noch bei Videos schon das Tor. Genau. Hier war es. Wir müssen die Eule fragen quasi, ob sie uns durchlässt. Anscheinend will sie etwas Gegensatz benutzen. Und die will entweder was Glitzerndes glaube ich, was Rotes immer so. Ach, wir werden es gleich sehen. Wir werden es sehen. So, hier haben wir den Samstag. Das ist ein Boxer. Wir haben uns Geld gestohlen in dieser Lauselimme. Ich fasse es nicht. Ihr seht, vielleicht ist es euch aufgefallen, der Thorn hat ein neues Schwert. Ich habe nämlich den Gladius in eine Synthkugel verwandelt. Hier haben wir sie. Und ihr seht mal, was jetzt das für Angriffspunkte ändert, wenn ich die rausnehme und wenn ich die Synthkugel einmache. Wir haben 60% des Schwertes in der Kugel vereint. Das kann man auf Level 5 machen. Wenn ihr seht, das ist hier schon ganz cool. Heiligkeit kriegt es drei dazu und hier auch diverse Sachen. Also schon eine Mega-Verbesserung. Ich könnte das auch bei hier einsetzen, wenn ich das möchte. Also die Synthkugel kann ich dann jedem Charakter quasi geben. So, dann mal gleich eine Karte erhalten. Auch sehr schön. Dann suchen wir mal den Wald weiter ab. Die Fackel erhalten. Wo soll ich denn aber erhalten? Na, das war ja auch sehr brillant. Also, kippst du sowas? Das ist ein sehr egliger Regner. Kann uns vergiften, die Pflanze, aber davon legt sie nicht. So, bisher haben wir noch nichts gefunden, was die Eule haben möchte. So, wir haben Po gefunden. Das ist ein Dorfemäuer, glaube ich. Ein aller bisschen seltsames Fällchen, was hier wohnt. Hier haben wir zum Beispiel wieder so ein schwebendes Blatt, das Geheimnis verleuchtet. Können wir quasi wieder in die hintere Ebene stoßen, haben wir jetzt noch nicht. Da brauchen wir einen Gegenstand, der nennt sich, glaube ich, Mordentower. Damit vergrößern wir das Blatt und da haben wir eine Art Boot. Auch sehr kitzig gemacht. Ah, da haben wir schon. Sonnentower ist das, genau. Sehr schön. Aber das werden wir jetzt noch nicht nutzen hier, in der ersten Ebene. Und das Blöde ist, wir haben hier noch keinen Laden quasi. Oh, wir haben eine große Kiste. Ich hoffe, da ist diesmal eine Waffe drin für Xiao, weil sie hat nämlich immer noch ihre Anfangswaffe. Wir haben einen Schnurrbart-Schlüssel erhalten. So, das ist eine Truhe, sie ist verschlossen. Schatztruhe schon benutzen? Ich habe keinen Schatztruhe. Okay, dann müssen wir verraten, welche Falle sich denn verwirkt. Ich nehme mal eine Flugfalle und du hast die Falle entstanden. Sehr schön. Und wieder einen im Baselab. Eine Waffe für Tau. Ne, Toren heißt der ja. Die Schnurrbarsche sind fast hier unten. Wetter. Na gut. Oh, ich habe jetzt eine Liste. Was ist denn ein Bastard, der? Kleine Feil und Mist-Säcke. Wenn ich nur ein, drei Mal kriege, bin ich tot. Das gibt es doch gar nicht. Was haben wir denn noch hier? Banane zum Essen. Ach verdammt. Warum habe ich das gemacht? Hier ist doch ein Brumm. Ha, das ist alles einfach. Na gut, wir können uns hier auf jeden Fall heilen. Das werden wir auch mal mit X-Jaw machen. Und weiter geht's durch den Wald. So, wir müssen das erstmal heilen, dann müssen wir gleich schon mal die Wechsel. Ich werde auch mal noch ihre Waffe reparieren. Oh, die Aufnahme ist auch vorsichtig, gerade. Dann gucken wir mal, wie wir alles rausnehmen hier. Sehr schön. Und dann können wir den Tripas wieder reinlegen. Machen wir noch was. Ja, wir haben ja noch so einen, die kommen natürlich auch hier. So, dann kommen sie wieder rüber und dann zack. Wunderbar. Dann nehmen wir wieder X-Jaw an. Weil wir halt für ihn eine levelbare Waffe haben. Oh, hier bin ich ja genau in die Augen. Und dann haben wir das erste, eine rote Bäre, was die Eule quasi nachher erlangt, eventuell. Eulenladen haben wir erhalten. Oh ey, ist diese Fliegerin wieder weg? Hat der mich verstaubt, sag mal? Ist ja nicht so füß. Nochmal einen solchen Tor halten, hörst du? Dann komme ich schon zwei Ebenen, ähm, zweimal in eine hintere Ebene vorstößen. So, hier haben wir den zweiten, eine Spitzkastanie. Boah, also dieser kleine Knie-Milch, ey. So, das war's. Mein Gott, ey. Dann brauchen wir nur noch den dritten Gegenstand. Also man könnte es natürlich jetzt auch schon versuchen, wenn man dann unbedingt, sag ich mal, raus muss aus dem Labyrinth, weil man vorrätig zu Ende geht und so, kann man es auch mit ein, zwei Gegenstände versuchen. Das ist halt dann Glückssache, welchen die Eule haben möchte. Aber wir wollen ja hier noch ein bisschen was schaffen. Wir gehen jetzt noch die letzte, die letzten Abschnitt hier. Gucken, was wir hier haben. Oh, eine Blume. Oh, wow. Die hätte mich ja fast getötet, ey. Hm. Und der letzte Gegner hat auf den Diamanten gebraucht. Willst du eigentlich keine Bananen mehr essen? Sondern da nochmal nachher schnell in den Heilbrunnen rein. Wir könnten auch mal bei Xiao wäre, die Haltbarkeit ist bei der Waffe nicht so wichtig, weil es immer nur einen runter geht. Aber was sie nicht hat, ist hier Pflanzenbann. Also Pflanzenangriff. Da werden wir vielleicht mal eine reinnehmen. Ja, wir ziehen den einen Punkt mehr ab. Das ist okay. Und das war's. Und wir haben einen Glitzerstein. Wunderbar. Dann lasst uns mal noch schnell zum Summbrunnen hier sausen. Wir müssen eine haben. Nutzt man auch. Wunderbar. Toren auch gleich. Und dann geht's ab hier zur Eule. Sehr schön. Und gucken wir mal, was wir so haben. Feines. Wir fangen mal mit dem Glitzerstein an. Das möchte sie nicht. Sie vermeint es hier. Dann versuchen wir es mit dem der Roten Bär. Und da fährt sie voll drauf ab. Und öffnet uns hier den Durchgang. Vielen Dank. Und ich sage an der Stelle Danke fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo und Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißen Dark Cloud mit Flo. Ich bin raus. Ciao, ciao.